Gute Morgen aus dem Sonnenparadies. Wir haben heute einen Sandbanktrip vor uns. Wir werden jetzt mit dem Boot 20 Minuten zu einer einsamen Sandbank mitten im Indischen Ozean gefahren und verbringen dort drei bis vier Stunden, wo kein anderer Mensch ist. Alles nur für uns. Alles werden dort Champagner trinken, bisschen Fotos, Videos machen, das Paradies genießen, schnorcheln. Wenn dann Glück hat, sagen die, sieht man dort riesengroße Mantarochen. Jetzt gehen wir erst mal zum Bootsteg und von dort geht es dann gleich weiter. Danke. Hey Leute, echt. Ich kenne es ja immer wieder. Wir sind im Indischen Ozean und haben eine ganze Sandbank für uns alleine. Hier ist weit und breit nix. Gar nix. Auf der anderen Seite der Erde von Deutschland gesehen. Das ist so krass. Es ist hier ziemlich windig. Aber es ist traumhaftes Wasser. Und jetzt, ab jetzt haben wir die gesamte Sandbank für uns alleine. Die komplette Sandbank ist hier unter. So, jetzt haben wir hier ein Sandbank-Picknick. Da hatten wir ein Sandwitch. Zwischen Obst, Salat, Eier mit Erbsen. Mega, mega lecker. Und hier ist unser Champagner. Wir haben jetzt eben gerade schön Aufnahmen gemacht und werden jetzt noch von letzter Zeit hier ein bisschen schillen. So, jetztten wir jetzt nochmal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt vom Sandbankpicknick zurück. Wir sind richtig durchgeschmort. Richtig fertig mit der Schicht. Heute habe ich die Schnauze voll von der Sonne. Sie auch, glaube ich. Ja. Wie hat es dir heute gefallen, mein Schatz? Wunderschön. Wunderschön. Sie ist immer so sprachlos. Ja. Wunderschön. 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 Hier haben wir Müsli, Brote, Aufstrich, Obst, Gemüse, frische Säfte und warme Speisen. Wir haben jetzt gefrühstückt und werden uns das gleich mit Sonnencreme eincremen, damit wir nicht verbrennen, weil die Sonne scheint, scheint, scheint und dann geht es nachher. Zum Schnorcheln. Na mein Schatzi? Ja. 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 haben uns das gerade schicke gemacht. Wir haben jetzt heute Abend das Barbecue. Wir werden jetzt noch ein bisschen bei dem Wasserbungalos, da ist eine tolle Cocktailbar, einen Kokosnuss-Cocktail trinken. Dann um halb acht ist das Beach-Barbecue. Wir sind sehr gespannt, wie es dann so weitergeht. Aber jetzt gibt es erstmal einen leckeren Cocktail. Wir waren heute im Riss schnorcheln und haben den restlichen Tag schön geschillt. Wir haben jetzt ja auch nur noch leider zwei Tage hier im Paradies. Und dann geht es wieder in den kalten Norden zurück. Da sitzt meine Süße Maus und wartet auf mich, weil ich Trinkgeld vergessen habe. So sieht es aus. Ja, der vergisst alles. Wir werden sicherlich ein schönes, großes Grillbuffet aufbauen. Ja, und ziemlich viele Tische, ne? Ja, jetzt sind wir bei der Abi-Bar und werden jetzt erstmal schön Cocktail zu machen. So, wir haben jetzt hier so zwei schöne Pina Colada bekommen. Die sehen auch echt gut aus. Da drüben bauen die, wie gesagt, das Grillbuffet für heute Abend auf. Oh, Bibi-Hai. Und da unten ist ein Hai, wenn er den kurz sieht. So ist das hier. Und jetzt werden wir schön den Pina Colada trinken und den restlichen Abend genießen. Ja, du hast deine Augenseele vom Hai. Ja, der wollte dich fressen. Da vorne haben die jetzt so fast alles fertig für unser Grill-Barbecue. Aber wir haben auch langsam richtig, richtig Hunger. Oh ja. Thank you. Ja, der Himmel sieht hier heute nicht so gut aus. Ich schwenke einmal nach oben. Wir hoffen, dass es jetzt nicht gleich anfängt zu regnen. Dann war es das mit dem Barbecue. 120 Dollar kostet das insgesamt pro Paar. Oh, das sieht echt schick aus. Welche Farbe magst du? Ein bisschen mehr rot. This one? Ja. Okay. So, okay. Das ist natürlich nicht. Ja. No, enough. Yogurtashi, Salat. Ja. Yogurtashi. Salat. Da. Thank you. Okay. Da gibt es tolle Nachtische, Salate, Obst, Suppen. Na, Schatzi, unser Jahrestag. Ja, wir haben heute Jahrestag. Brösterchen. Ich habe Wein und du hast Wasser. Oh, ich habe mich vergriffen. Das ist gute Soße. Also der Papaya-Salat ist echt ein Traum. Damit man mal so ein bisschen sieht, was wir essen. Ich habe jetzt in dem ersten Mal in meinem Leben Gambas gegessen und die sind richtig frisch und mega lecker. Ja, nach dem Urlaub heißt das viel Sport. Definitiv. Ich habe jetzt gegrillten Fisch. Salat, ein bisschen. Mit großen Zähnen. Mit großen Zähnen. Da sind die Zähne. Guck mal. Ja, wo denn? Da. Ich habe ja alles gesehen. Jetzt haben wir Lamm, Bandnudeln, einen komischen kleinen Rifffisch. Der soll sehr lecker sein. Was ist das? Irgendeinen Fisch. Echt? Ja. Und Hühnchen. Also, ich bin gespannt. Kann natürlich auch Steak sein. Ich habe ihn nicht so ganz verstanden bei den ganzen Grillgeräuschen. Also, wir haben jetzt den dritten Teller gegessen. Meine Freundin ist jetzt schwanger. Oh Gott. Ey, wir werden so viel Diät machen müssen. Jetzt gibt es noch ein Dessert. Damit sich der Sport richtig lohnt. Ja, Brust gar nicht so zu lachen. Guck dich mal an. War das lecker. Das war so richtig mega lecker. Ey, das ist unfassbar echt. Auf der anderen Seite der Erde Barbecue an den schönsten Stränden der Welt. Echt krass. Vorhin hat die Schnauze voll. Da krabbelte zu viel am Strand. Wir waren gerade eben noch mal kurz da wegen dem Meeresleuchten. Und da ist so viel Krebs geht hier, was nachts rauskommt. Die will jetzt ganz schnell noch raus ins Bett. Hat sie einen Schock ihres Lebens gerade. Schatzi. Alles gut bei dir. Wir sind jetzt wieder am Bungalow. Direkt am Strand. Aber zum Strand runter nachts dreht sie kein Meter mehr. Das ist unglaublich. Das war das. Das ist der Fall. Meine Freundin kommt hier gerade nicht drüber hinweg, was sie für einen Fisch gegessen hat, weil sie da so viele Zähne hat. Kannst du den Fisch nochmal zeigen, den du da beim Barbecue gefilmt hast? Da sind die Zähne. Was für Zähne. Und dann hier habe ich noch einmal die Zähne gezählt. Wie viele sind oben und wie viele sind unten. Unten sind ja 14 und oben sind... Der Fisch war super lecker. Nee, das weiß ich gar nicht. Ich habe das nicht gegessen. Ich habe nur die Zähne gezählt. Ich habe die Erwe gegessen. Wie kann man so einen Fisch essen? Mit Zähnen. Ja, ich. Guck mal, das Essen hat die Zähne an. Ja und? Schweine und Rinder haben auch Zähne. Ja, das ist was Endes. Ja, das ist was Endes. Ja. Ja und Spann